Hallo Leute, ich fahre heute nach München. Das liegt daran, dass ich sehr reich bin, sehr wohlhaben und deswegen kann ich es mir leisten nach München zu gehen, weil ich sehr reich und habe sehr viel Geld und ich gehe beispielsweise nach München. Also, let's go! Die Musik hier. Was hat er denn überhaupt getötet? Da ist eine Träne. Ich bin zufrieden. Ah, guck mal, das ist voll cool. Ich bin zufrieden. Yo Leute, voll... Ich bin zufrieden. 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 Richard hat heute Geburtstag. Deswegen fahre ich jetzt zu ihm. Deswegen fahren wir jetzt zu ihm und überraschen ihn. Let's go! Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. I'm so addicted, it has to end, but why do I keep holding your hand, I am stuck and I'm hypnotized, visions of you... Sretan ro-gen-danti, sretan ro-ja, sretan ro-gen-danti, sretan ro-gen-dan-richard, sretan ro-gen-dan-ti. So, you're able to do better. What do you do? Sliding. Lost. Oh, oh shit. I'm so serious. I'm so serious, son. Shit. Oh shit. Oh shit. I'm so confused. I don't know why I am so confused. I don't know why I am so confused. I don't know why I am so confused. Untertitelung des ZDF, 2020